Ingo André vom Jobcenter Team Arbeit Hamburg vom Projekt Bittenmang. Wir sind ein Bundesprogramm der Perspektive 50 plus des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und haben uns dazu hier gesetzt, über 50-Jährige wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Das heißt, Langzeitarbeitslose, die schon seit Jahren die Problematik haben, dass sie nicht in einen vernünftigen Job kommen. Ich bin Pack-Koordinator, das heißt im Backoffice tätig und dort versuchen wir als Backoffice alles aufzufangen, was im operativen Geschäft getan werden muss, weil das Projekt Bittenmang größer ist als nur ein Jobcenter. Wir sind aus sechs verschiedenen Jobcentern aus dem Gesamtbereich Norden, also angefangen von Plön über Herzogtum Launburg, Stormann und Segelberg und Hamburg als weiteren Packpartner dazu. Weil wir prinzipiell die richtigen Arbeitnehmer haben, die gesucht werden, nämlich mit Erfahrung und mit Zuverlässigkeit, die halt nicht morgen weggehen und prinzipiell nicht da sind, sondern sie sind zuverlässig, sie sind loyal und sie sind halt erfahren. Das ist das Entscheidende. Das können wir halt bieten mit unseren Kunden, die wir haben. Vielen Dank.